Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. In meinem heutigen Video werde ich ein paar Fortnite-Tänze nachmachen, und zwar die von der siebten Saison. Bevor es damit losgeht, möchte ich noch folgende Leute grüßen. Grüße gehen raus an Erik, Jonas Kugel, Anna Bauer, sowie Leo, Matti und Kim. Und für euch, Leo, Matti und Kim, dieser Grüß war für euch. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen bei meinen Fortnite-Tänzen. Schimmer Total Funky Freier Flow Seichter Applaus Mic Drop Weil ich kein Mikrofon habe, habe ich eine Cola-Flasche genommen. So, das war's jetzt wieder von mir. Als kleine Zugabe werde ich jetzt die Cola-Flasche, die ich vorhin auf den Boden geworfen habe, aufmachen. So, das war zu erwarten. So, ich hoffe euch hat dieses Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Wartet noch. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.